gut zu wissen also ich hätte es nicht gehabt gewusst jo leute willkommen zurück bei planet 2 heute mit dem Sven ja wir haben mal beziehungsweise ich habe das aufnahmeprogramm geändert und man zieht da ich habe 55 fps momentan also lag es doch am schwebs mal gucken wie lang es so weiter bleibt und ja wenn jetzt fragen was habt ihr für ein aufnahmeprogramm es ist jetzt shadowplay von nvidia was nimmst du jetzt auf geige wenn ich mit was hast du aufnehmen blendezeit ja das wissen doch die leute nicht doch so gesagt wir kommen bei blende zahlen so habe ich es nie sagen ja akku sehen sie doch was es kein minecraft ist sicher ja bei einer grafik wir nehmen auch minecraft auf könnte angucken ist auch sehr lustige aufnahmezeichen genau genau das sehe ich auch so wir sollten mal ein bisschen kämpfen hier weil wir verlieren gerade hart ja ich suche eigentlich den jans an hier aber ich finde keinen da machst du tot machst du tot und dann kommst du halt wieder das ist mir egal tot hauptsache tot na die haben wir können sagen die wir müssen uns an die haben oder wo kommen die tausende leute die andauern die straße hier wieder in langlaufen her ich habe auch keinen gefunden ja ich auch nicht so ich bin drin auch aber da oben hat noch einer er war meiner okay mal nichts gemacht er war ja langweilig seit er dafür natürlich wofür kommt von 59 glee plötzlich jubelig ich will nicht fan 3 bei 150 also im test charger noch 56 ach das sollte auch wann abgekommen die heute heute habe ich roboter gebaut ist das gebaut ovo kraft sind ein anderes cooles free-to-play spiel naja hat sich nicht so premium an aber ziemlich premium ich muss jetzt einmal wieder eef account ding holen habe ich schon ist abgelaufen seit einer woche aber da ich jetzt irgendwann immer fort waren so habe ich mir nichts mehr neues gekauft glück hat bevor man zu viel geworfen hätte wurden die sich verstehe da kommen sie wieder wo ist da auf der straße ja zwei baller und nur leichter oder eine sperre zum bein mach du mal da unten und ich gehe auf die panzer mit was denn lockern auch bin dann haben sage ich mal wieder was verändert ich weiß schon gar nicht mal so oft update zur zeit war da ist ja da taugt unser truppe da was heißt eines vandalen was für ein ding das ist einfach diese eines vandal mann wie blöd bin ich nicht eigentlich kommen wir fahren jetzt heracer so kann es nicht weitergehen ja ich komme aber einfach so weit hindern kann ich auch wenn ich kann ja wohl mich abholen weil davon er ist das war kommende ja ich komme aber mit mit schönen auf das richtig cool jetzt also so erwartet doch ja ich dreh doch du wie du ich sage ich habe jetzt 55 fps möglich was was können wir momentan bei breitigen hochladen 60 und wenn man nur 55 hat wir laden einfach also im normalen fall laden wir 29, irgendwas hoch das ist eigentlich youtube standard aber jetzt kann man auch 60 hochladen und was ist mit 55 oder 40 der du renn das glaube ich immer auf 60 mit einem programm also von dem her das heißt das programm sagt einfach sind 60 bilder wo es keine 60 bilder sind also youtube geht davon aus dass es 60 sind aber es gibt jetzt auch Blätter mit 60 Frems pro Sekunde obwohl es keine 60 Fremsen aber wir machen es mit 60 Frems der Einsatzschild ja aber den kriegst du nicht an der Einsatzschild ja das schießen noch andere mit drauf dann soll die anderen weiter schießen morgen kriege ich den nicht dauernd das Einsatzschild sich schneller aufwärtig als du mit der Helvet Schaden machst danke Verwündete Sander war Siskel ja so gut gemacht da ist einer direkt vor uns ja ich hab ihn ja beschossen aber ich hab ihn nicht totgekriegt irgendwie ist es gebackt echt geschossen nein die haben voll erwischt die Sau da ist der Fehler war kein Schwein wenn jemand schickt meine Freundschaftsanfrage hallo wer du auch immer bist wer ist es dass man eine Ahnung einer von uns hier ich kann ja noch mal in Chat gehen es war Wyatt96 jo hallo Wyatt96 ja auch wenn ich weiß nicht ob du unsere Videos schaust wenn dann hier einen Gruß an dich und wir holen den Punkt ohne Gegenwehr will ich ohne Gegenwehr als auch die eine Chance gegen uns hätten ja die kämpfen halt unten alle bei ähm Eisersausern Camp warum wir auch immer das noch halten das verstehe ich nicht also eh nix da kannst du eh nix retten mehr dort hey ich hab dir Druckmachschub gegeben wenn es nämlich ein mobiler Munitions er ist er gelappt nur so ist es ja doof da unten ist ja gar nix los tolle Huhn was nicht wundern Ui Hupe ah die soll Hupe reifen gut gut zu wissen also ich hätt's jetzt nicht gewusst wollen wir mal beim Manny vorbeifahren ja da hinten ist noch ein bisschen Action fahren wir mal beim Manny vorbei und rollen da ein bisschen auf weil ich glaub die brauchen wir uns hier grad nicht ja die Punkte haben wir gegeben vorbeifahren gehen wir denen hier mal noch Missionen hier also den Infanteristen den Dings kann ich keine Munition geben den Panzer oh da vorne ist ein Panzer ja dann schieß drauf am besten bevor er auf uns schießt er brennt schon er brennt schon nein er raucht aber er brennt nicht ja wenn wir nach rauskommen machen wir mal kaputt oh Gott ich weiß dass es hier runter geht ich sag jetzt nur was du jetzt machst nein ey du hast doch getroffen bei mir zumindest jawoll jetzt sollst du aber reparieren ich hab repariert ja aber und mich hat das äh Ding Phalanx geschützt geschützt aber ich hab auch neues Achievement bekommen im Hauser fahren Anweisungs Upgrade Hellbird zehnder kill der Hellbird ey zehnte erst ich fahr nicht zu oft wie oft bist du denn schon mitgefahren ich hab schon immer die Hellbird drauf ja aber ich hab noch nicht so oft getroffen ja ich weiß hol mal den nächsten ja ich bin hier grad noch am survival ja aber ich hol gleich den nächsten was hast du für welche irgendwelche coolen die schrotze hab ich und ja und die Hellbird aber deiner ist wahrscheinlich nicht so geil getrunnt nein das nicht ich hab noch kompenswert ich hab nur noch 99 die die Feuerwerkspistole hat mich alles gekostet ich hab 29 aber ich stecke auch jeden Tag wieder 100 Sets ein und pack jeden Tag wahrscheinlich ungefähr wieder 100 weg irgendwas oh yeah wir verlieren A ja dann mach was ja ich stehe auf dem Dach rum ja das bringt uns nix ja er ist schon weg da steht ein halbes Platon oder so da drin rum also die könnten doch auch was machen vor allem ist es unser Platon nicht ist unser Platon der anderen sind ja unfähig wohl drin stehen irgendwie brauchen wir ein bisschen Hintergrundmusik habe ich das Gefühl ist ein bisschen so monoton ja kannst du doch machen weißt du ja Karsten Beats und so ne was für ein fähig Karsten Beats die Musik die auf dem Kanal hier hinterlegt wird das ist so langweilig geil du meinst die Standard YouTube Musik nein Karsten Beats das ist ein YouTuber der seine Dings lizenzfrei selbst produziert zur Verfügung stellt einzige Bedingung Link in der Beschreibung den haben wir drinnen den haben wir drinnen ohne meine Erlaubnis? er ist schon ewig drinnen seit wann das wüsste ich ja dann schau nach ja jetzt in der Aufnahme oder warte nach der Aufnahme warte ach so und er bleibt da auch drinnen damit wir die Musik verwenden können wir verwenden doch gar keine Musik doch mach einfach nicht regelmäßig ah ja also ich kann mir müssen mal ein Gespräch führen nein doch wir alle gleichberechtigt nein ich bin Chef ja das habe ich jetzt ist zu spät Futur ja komm havasa hoja ja ich brauche es wieder in Chi und du solltest auch einziehen ja wenn der Dark sein Ding stehen lasst du der Ende wechseln dann kriegst du eh nicht mit das ist jetzt erst am ja morgen Mittwoch seht ihr erst das Video und dann da hier habt ihr Munition Leute noch da wohl in den Rücken schießen der hier wer ist der hier das Best Gamer den nicht in den Rücken schießen Arie doch ich bin Platz 6 Arie vor sie werden leckt mich doch äh jetzt hätte ich den Druck damit wir vernünftig aufnehmen können was ist das für eine Logik wenn ich jetzt sagt Darks Logik dann ist es äh sehr gut es geht erst am Freitag habe ich nicht da wenn ich da er gibt Gummi ok was ist er ein Freier Go Thermalplan oder nicht frag ja gibt Gummi ich werde doch Freier hauptsache Futur kann motzen nö habt ihr mal das halbe Platoon irgendwo hingeschickt was willst du auch bei Manni das ist doch so weit weg da waren wir nur gerade eben war ich da da alles was auch nicht wichtig da explodiert was da war Lightning da war Lightning da war Lightning da war wir haben da war da war die da war